Von 29 auf 1229. Unglaublich, Digga. Scheiße, mein Leben. Der ist absolut am Arsch. Ich geb dir ein bisschen Geld für deinen hellblauen. Für den hellblauen? Was heißt bisschen? Du musst ja da irgendwie durchkommen bei Xiaomi jetzt. Ja, aber was heißt bisschen? 400. Ist egal. 500 würde ich mir. 500? Letzter Preis. Wie viel ist gerade bei Xiaomi? 390 und... Weiß gar nicht. Kannst du Spielbrett übersicht schauen und da gucken, was die... 390 und du hast jetzt zwei Häuser, oder? 390 hab ich vorhin gezahlt. 450, Digga. 500. Bruder, ich bin bei dir vorhin auch drunter gegangen. Ja, 480. Letzter Preis, Digga. 470. 475. Wie auf dem Bazar, Jörg. Absolut. Das ist kack mir ins Nest. Ich helfe jetzt bei dem Teufel gerade, aber... Mhm. Schätze, ob ich Bill Gates nochmal 500 Milliarden gegeben bin. Das ist ein absolut schlechter Trade, ne? Ja. Ist scheißegal, Digga. Digga. Ich muss jetzt gambeln, dass jemand auf Frauen landet. Was? Die Liegestütz? Digga, dann muss ich helft das mal hier am Start sein, dann und selber sammeln. Und... Digga, Rot ist komplett verteilt. Ja, Mann. Yes. Oh, Digga. Oh, Juli bekommt das Geld. Oh, wie viel? Da ist aber nicht viel drauf. Oh, boah, nein. Aber besser als nix. Besser als nix hilft auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich fick mein Leben, wenn ich da hinkomme. Mhm. Bin voll nah dran, Bruder. Manchmal muss man sowas bezahlen. Ja, gut. 80. Nehm ich. 80. Ist okay. Bin dir, Bro. Ehre. Hey, ich will doch nur in den Knast, Digga. Wirfel nochmal, Bro. Komm vorbei. Oh Gott, Digga. Ach du Scheiße, wo lande ich jetzt? Du landest bei grün. Ja, okay, das kann ich bezahlen. 390. Easy. Und wie ist es, Bro? Wie findest du? Es ist angenehm. Sehr viel Wald, grün. Ich finde auch den Tischtennisplatz da auch schon wichtig. Ja, danke, danke. Es war aber angenehm. Freut mich. Ich kann mich nicht beschweren. Nur die Mitarbeiter sind ein bisschen unfreundlich. Und ich verstehe, die sind aus Deutschland nicht so gut. Ja, das ist schwierig. Aber die lernen ja noch. Ja. Die sind ja neu hier. Die brauchen halt etwas länger. Ja. Auf einem Stockwerk habe ich auch einen Ausländer gesehen. Das fand ich jetzt nicht so enorm. Ja, also... Du hast den gesehen? Wie hast du den gesehen? Ich habe da schwarze Wände. Wie hast du den gesehen? Jetzt nimmt der Humor eine ganz rechte Richtung. Ja. Okay. 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 Der lag vor der Tür. Was soll ich machen? Geil. Servus MXP. Hey Mike, was geht? Ist der Mike? Mike, Mike. Servus. Mike? Willkommen, willkommen. Ist Mike Mike? Nein, nicht unser Mike. Ich fühl mich im Spiegel. Oh oh. Ähm, ne das ist nur gelb. Ist gar nichts. Das ist entspannt. Bisschen Kleingeld. Bisschen Kleingeld. So, wo bin ich? Eieieiei. Okay, Bruder. Ganz ehrlich, ne 4, 6 oder 7 und ich werde dir dein Leben für einen Tag lang richtig schön machen. Das klingt so falsch. Ah, ne 8. Ne 9. Verdammt. Endlich daheim. Haben sie schon über den Ausbau nachgedacht? War ja erst da, Bro. Ja, stimmt schon. Kann ich jedes Mal vorbeikommen. Ja, stimmt schon. Ach, digger Rampage, Alter. Was geht bei dir? Du bist ja Platz 1 bei jedem Punkten. Ja, Mann. Wie hat er das denn gemacht? Ihre Mitte ist fällig. Bitteschön. Dankeschön. Noch 4,5k und du machst liegen. Kleine Hunde, Alter. Da hat mein Dino gelutscht. Ah, Dino. Jetzt nimmst du nicht nur noch Geld und lässt auch noch nutzen, Digger. Ich hab gesagt, du, ey, für das Geld mach ich bei dir. Also nein, Mann. Auch ihre mach ich. Ah, jawoll. Jule, hier auf grün. Wem gehört das? Der wöbelst dann nochmal eine 3. Nein, Digger, aber feinlich. Auf jeden Fall. Wo bist du gelandet? Auf jeden Fall. Bei dir, ja. Jule. Jule, komm ich doch auch mal besuchen. Nein. Jule ist ne Arbeitstier, sie macht keinen Urlaub. Oh. 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 Ah, grün. Okay, das geht ja. Ja, das bin ich. Oh, 450. Ja. Puder. Ich würd' ja sagen, ich kauf dir was ab, Jule, aber ich bin korok. Aber ich bin auch komplett platt. Um bei Xiaomi durchzukommen, braucht man mehr als Glück. Man braucht Geld, Digger. Ja. Ja. Wie viel brauchst du, Jule? Nicht viel. 32. Wie viele Kanalpunkte hast du denn, Rampage? Wie findest du's, Jule? Aber ist das schön eingerichtet? Ist das okay, oder? Nein. Schmeiß mal die Ausländer raus, Digger. Das sind doch auch nur Menschen. Digger, nein. Mal muss man den Preis bezahlen. Digger, ich krieg diese Peanuts, aber die sind irgendwie schon wert für mich. Ja. Die helfen mir. Schwere Zeit. Nein, warum krieg ich einen Pasch? Ich will keinen Pasch. Jule, ich geb dir für die Parkstraße, geb ich die. Ich würde die abkaufen. Was willst du dafür haben? Da haben wir's mal so. Vielleicht können wir uns da ja einigen. Das Doppelte was er wert ist. Nein! Dann auf gar keinen Fall. Ich bin doch nichts gegen bist, Digga. Was ist daran so schwer? Digga, du kommst da nicht rein. Bro. Komm, besuch mich noch. Es geht Kreis, fahr quer. Servus. Ja, moin. Was geht ab bei dir? Gib mir ne hohe Zahl. Ja, ne 4 ist gut. Und ne 5. Ja, sehr gut. Ah, hast du nochmal Glück gehabt. Fick dich. Aber besser? Besser als deine, Digga. Besser als dein Drecks Hotel, Alter. Das ist kein Hotel, es sind nur zwei Häuser. Ja, okay. Ich hab da Ratten gesehen. Du hast da gar nichts gesehen. Nein! Boah. Ist ja voll viel. 25. Dankeschön. Das... Was war das für ne Farbe gerade? Haut ne Gute-Nacht-Geschichte raus, Leute. Ich hab schon hier heute 50 Liegestützen gemacht. Hä? Was war das gerade für ne Farbe, Juli, wo du gelandet bist? Lila? Ich hab den Baum mit mir rum. Ich hab den Baum mit mir rum. Du bist Lila? Du bist Lila? Oh Gott! Bruder. 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 Danke, Bro. Kein Ding, Digga. Bruder Orange ist der Tod. Komm schon. Drei. Ne Drei. Ne, ne, ne. Zwei oder ne Vier. Oh Gott. Ne Drei. Hotel? Wie viel sind das da? Ja! Egal, dafür haben wir lieber Geld. Nach 250 ja nichts. Du besitzt das ja gar nicht hin. Mitten im Hotel. Das ist echt nicht viel. Das sind halt die Kleinen. Bulgarisch Hotel. Boss-Transformation durchs Stream ist so, Digga. Wenn ich mich ganz seit Giga-Stütz machen lässt. Egal, das ist gut für mich, weißt? Da trainier ich ein bisschen. Solange sie nur zu Besuch sind, haben sie nichts zu verlieren. Cesar, hast du einen Bahnhof? Ja. Du bist mir verkaufen. Auf dem ist eine Hypothek drauf aber. Achso. Ja, ich würde ihn kaufen. Du benutzt den ja eh nicht. Ne. Aber Bruder, jetzt brauche ich ein bisschen Geld. Vorhin habe ich dir gut Geld gegeben, Alter. Ja. Ja, ich sag doch, ich würde den kaufen. Ich hau 50 auf den Kaufpreis. Du musst mal gucken, wie viel der Kaufpreis war. Weil da ist ja auch noch Hypothek drauf, Digga. Ich muss den ja auch aus der Hypothek holen. Wie war Kaufpreis? Guck mal. Achso, du bist gar nicht dran. Du bist nicht dran. Warte, warte. Wird dein Fressen wieder abgebaut. So viel ist das doch gar nicht. Was kostet die Parkstraße 175? Das ist gar nichts, Digga. Das ist nichts, was ich hier habe. Hä, was? Ist die Parkstraße 175, wenn die Hypothek auch 175 ist? Äh, die Hypothek ist immer weniger. Hm. Ah, Dino, du musst eine Getunertgeschichte vorlesen. Okay. Kannst du die merken. Willkommen zurück, Anni. Okay, Bruder. Ne 3 oder 4. Warte, ich muss erstmal hier rauskommen. Na, schade. Also, verkaufst du mir die Straße? Äh, den Bahnhof. Äh, den Bahnhof, ja. Wie mache ich das? Auf Alt, äh? Du gehst auf Alt. Auf mich. Du bist der Hund? Yes. Jetzt, äh, drück mal Shift und geh erstmal auf meinen Bahnhof. Geh auf meinen Bahnhof. Mach Enter. Wo ist der Bahnhof? Ganz oben rechts. Jetzt gucken wir mal, wie viel der wert ist. 200. Okay, 250. 200. 200 ist zu viel, Alter. Und ich muss den noch aus der Hypothek holen. Die Hypothek kostet... Wie viel kostet er aus der Hypothek holen? 200, Bro. Nee, die... 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 Die 100 sind, äh, was du kriegst, wenn du die auf Hypothek setzt. Achso. Und was kostet's, wenn ich die aus der Hypothek hol? Boah, ich weiß nicht. Lass 150 dann machen. Ja, auch wieder 100. 200 ist schon viel. Nein, Bruder, ich... Ich hab... Digga, ich hab... Ja, da kann ich's noch nicht kaufen. Ja, okay, dann nicht. Vielleicht später. Bei 150 bringen wir ja absolut doch gar nichts. Ja, ich kann halt. Wenn ich das kauf, dann bin ich am Arsch. Ja. Digga, wohin? 12... Auf Blau. Na, ist nicht so schlimm. 20 ist er. Noch Human. Oh, dein eigenes. Das ist mein eigenes. Ganz ruhig. Jule, kannst du da mal schauen, was die Parkstraße kostet? Hm. Ist das der Tod? Hm. Das ist der Tod. Oh Gott. Okay. Wie viel brauchst du? 1000. Gib dir für die Parkstraße... Hau die mal mit mir in den Handel und zeig mal, was die kostet. Wenn das jetzt geht. Ich bims der Hut. Ich bims. Aha, Rampage. Weißt du, du bist schon auswendig oder was? Aber du wolltest das Doppelte haben, ne? Aber das Doppelte kann ich dir nicht geben. Auf gar keinen Fall. Juli, was willst du für's Gelbe? Egal. Egal. Ja, ganz ehrlich. Ganz egal, was ihr mir gebt. Ich komm nicht auf die 1000. Juli, ich kauf dir das Gelbe ab. Mhm. Für... 300. Und dann kannst du noch schön mit deiner Parkstraße kaufen. Und die Parkstraße sollte schon 500 Euro sein. Jimmy, 500? Ja. 500 ist legit. 500 ist halt mega viel. Aber absolut legit. Digga, du hast danach diese Blauen und die Blauen geben dir so viel Geld. Ja, natürlich. Aber da muss jemand draufkommen. Ich muss auch bezahlen. Aber... Ja komm, mach 500. Mach 500. Ist okay. Oder machst du hier jetzt 400? Nee. Zeug nicht. Ach, da nicht. Ach, da nicht. Jetzt übertreib mal nicht mehr breit. Das passt. 300 hast du gesagt. 300, Bruder. 300. Passt. Dann Leertas. Ich muss Leertas. Nee. Beide, glaub ich. Was möchten Sie handeln? Was möchten Sie handeln? Was möchten Sie handeln? Ja. Ja, das könnten Sie wirklich mal machen. Dass man einfach die Zahl dann eingeben kann. Mach 55, Juni. Mach 55. Hallo. Er hat's nicht gehört. Ja. Ah, Lila. Lila Scheine gibt's nicht. Hä? Ja, ich bin einverstanden. Dann drück doch Enter. Warum machst du's so kompliziert? Drei Weint. Drei Weint. Drei Weint. Drei Weint. Dankeschön. Schnauze. Schnauze. Sklaventreiber. Ja. Sie ist in Rack. Sie sind dran. Oh. 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 auch glück gehabt da habe ich doch keine auslösen hat gesagt was für mod ich bin jetzt streamer ja kennt mir doch danke bro ach du scheiße digger ach du scheiße ich bin am arsch wobei das sind nur 450 mit vier häusern und 550 überlebe ich falls ich davon überlebe ich ich wünsche ihnen sehr viel spaß seiten auf konterstadt sexy ich gleich zum friseur gehen weil das stimmt alles nicht bei mir neun er kriegt auch noch geld wir sind am arsch wir sind absolut am arsch freunde die scheiße ist halt schon teuer zum ausbauen aufpassen du bist in gefahr der tod sitzt dir im nacken ich will nicht würfeln also ich habe noch ein rotes falls jemand rot ich habe kein geld aktuell zu hoch du hast doch deine hotel ich verkaufe ich stell bahnhof auf hypothek kann ich es schwarzes bahnhof du bist lila also ganz unten in der mittel sollte ich bin neu in diesem also ich muss auf die werte besicht nene auf spielwerte besicht geht doch einfach eins nach rechts oder nach links unten und die ohne verzweifeln einfach bei der bahnhof schaffe es ente los ja Ah, hast du fein gemacht. Seid ihr stolz auf mich? Bruder, ich habe gehört, du willst mich besuchen. Als dein Hotel noch Preis-Leistung okay war, wäre ich gerne vorbeikommen, aber jetzt ist es schon überteuert, Alter. Fick mein Leben. Ist das günstige? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt kann ich alles wieder verkaufen. Oder ich kaufe dir Warno für eins ab. Ich kann alles wieder verkaufen, ja, Digga. Hilft uns. Nicht mal dann habe ich es, ja? Doch, doch. Wie viel brauche ich? 900. Du hast doch auf den anderen noch Häusern. Nee, Digga. Die meine ich weg. Bruder. Hypothek, Bruder. Hypothek. Da ist jetzt eigentlich mal eine Stapesone, Digga. Das ist gut. Digga, ich muss einfach alles verkaufen. Er leckt sich am Arsch. Und das reicht nicht. Na doch ganz knapp. Gönn dir, Bruder. Das war auf jeden Fall, es war richtig nice. Freut mich, wenn es dir gefällt. Aber da klettert so ein Spast, äh... Ja, der feuer ich wieder. Ja, okay. Der ist ein bisschen verwirrt. Was war es denn? Ich wollte dich. Äh, alt und enter. Alte, vier doch dich. Oh Gott. Nee, nee, bist vorbei an mir. Ja, ich hab ein bisschen rumgefurscht, deswegen muss ich wieder abreißen, Digga. Ich hatte noch Wasserschaden. Jetzt tun sogar die 15 weh, gell, Junge? Ja. Digga, ich hab 32 noch. Oh, scheiße. Ich dachte, ich bin arm. Schön, wie du bist. Ach so, verdammt. Oh Gott, ey. Kann nicht jemand ein Schirme die draußen, dass er rausfliegt hier? Ja, ist halt echt so. Ist schon richtig nice. Normalerweise fliegt auch Schirme immer gleich wieder raus. Ist so. Ich muss nur die Verbindung kappen. Bruder. Ähm. Ich mach einfach einen kurzen Würfel. Geht ja noch. Verdammt, Digga. Normalerweise wären da gerade 550 drin gewesen. Ach, ja. Komm, gib mir einen 1er-Pass. Ich krieg mein Leben komplett. Das macht's nicht besser. Uff. Verdammt, du kommst echt drauf. Oh, Bruder. Uff. Okay. Du wolltest das Große auch noch sehen, ja. Bisschen Kleingeld? Hast du Kleingeld? Bisschen Kleingeld? Ey, das ist voll gut für uns, Juli. Wir sind da ein bisschen, äh. Ja, befreit. Ja. Das nimmt uns in der Last. Wie viel für euch? Ich find das voll netzter sein. Du machst jetzt so, du machst Sozialbauten für uns. Okay. Wir haben auf jeden Fall verloren, weil ich verdiene jetzt auch kein Geld mehr. Und Schirme wird uns jetzt alle ficken. Bro, wenn ich ein bisschen Geld hab, oder ihr mir ein bisschen so kreditmäßig gebt. Ich hab 32, Bruder, nimm. Schwere Zeit. Kannst du mich einfach alles schicken. Er kann dir 32 schicken und du ihm eins, dann hat er eins. Aha. Haben wir ja das letzte Mal so gemacht. Haben wir uns ja immer gegenseitig so fünf Stimmen hergeschickt. Das war auch lustig. Ja, freut mich, Faith. Schön, dass du Spaß hast. Ja. Ein schwieriger Monat, Bruder. Zu viel Zeit. Ganz schwieriger Monat. Okay, gib erst mal Schulden, Bruder. Ja. Wie viel ist in dem Pot? 200 oder so. Vielleicht 200 oder so. Die nimmt sich eh Schirme wieder, weil er ist eh knappe krassig. Meine einzige Geldquelle hat Schirme einfach gepickt. Oh, Schirme, digger, fickt mein Leben. 1400, Digga. Selbst wenn ich meinen Arsch verkaufe, hab ich nicht so viel Geld. Dick. Ich will einfach nur in den Knast. Das klingt einfach so. Du kommst erst mal auf Orange, Digga. Du kommst erst mal auf Orange. Oh, nein, noch nicht. Du hältst hin. Oh, nice. Digga. Die wissen, dass ich eh gleich sterbe. Die haben mir direkt lebensversicherung gegeben. Dieser genießt die letzten Arsch von deinem Buch. Das ist schon irgendwie mies, oder? Genießt diese zwei Einzugen, die du hast, Bruder. Jetzt noch ein Einser-Pasch. Was ist denn der Plan, Digga? Da gibt es keinen Plan. Augen zu und durch. Elf. Easy. Du hast überlebt, Bruder. Ja. Kann ich nicht auf dem Feld kommen, wo ich wieder auf loskomme, dass ich Geld kriege? Das ist jetzt eigentlich nur alles Frage der Zeitgeber. Ja, es ist einfach nur... Ja, weil ich nur, wie landet es raus. Ja. Das ist gerade sehr verlaufen. Und Schirme, egal wo er landet, wird er jetzt nicht so viel abdrücken, dass es ihm weht. Ja. Zahlt gerade 200. Jetzt egal, 500. Ne, da sind 500 sogar, glaube ich. Das sind sogar 450. Bitteschön. Man. Geh, Bruder. Fick ihn. Fick ihn. Dino, besuch mich doch auch mal wieder. Nein, chill mir, Digga. Also Preis-Leistung, bei dir ist Katastrophe. Katastrophe, Schirme. Bei dir ist Preis-Leistung Katastrophe. Digga, du zahlst 550, hast 5 Sterne Hotel. Strand-Psi. Was für 5 Sterne Hotel? So, warte, warte, warte. Entspannt euch ganz kurz. Oh mein Gott, die ersten 25 von meinen 200 irgendwas. Oh. Wie kaufe ich das jetzt frei? Äh, Shift. Hä, was? Achso, Shift. Ja. Digga, ich bin richtig behindert. Nervös. Ein bisschen. 150 für ein, Digga, du kannst es noch nicht ausbauen, Alter. Verstehen wir uns nicht. Nee, wir müssen es machen. Okay, wie baue ich jetzt? Oder wir gehen, oder du gehst auch aufs Ganze, Alter. Keine Ahnung. Bro, wieso baut der nicht? Shift, Bruder. Achso. Sag es doch. Meine Fresse. Halt die Fresse. Warum sagt ihr nicht? Aber Dino, komm bitte nicht bei mir drauf. Okay, Bruder. Wir haben keine Wahl, wir müssen aufs Ganze gehen. Wir müssen aufs Ganze gehen. Okay, Season. Durch dein Door und dann los geht's. Okay, let's go. Aber hier wartet ja noch nicht der Tod. Das ist halt ja alles okay. Ja, stell dir vor, du hättest... Ja, Kuchen, das ist... Monopoly zerrüttet Familien. Das Game wurde ja entwickelt, um zu zeigen, wie schlecht Kapitalismus ist eigentlich. Ja. Das holt einfach das Schlechteste aus dem Menschen hervor. Dann merkst du direkt, wie jeder egoistisch ist. Oh. Glück gehabt. Ja, jetzt kommt erst gleich das... Hässlige. Ich bin's. Ich bin's. Okay, Bruder, jetzt lande auf Orange. Ich krieg mir ein bisschen Geld. Nein. Die Jule bekommt erst mal was. Danke. Bitte, bitte. Ihr Zug beginnt jetzt. Würfel nochmal, Jimmy. Ach, was ist das für ein Würfel? Das sieht gut aus, aber das sieht gut aus. Freulich. Der landet auch noch auf Ray Parken, Digga. Willst du mich ficken? Wie du einfach komplett eskalierst im Stream, ich feier das hart. Ich will in den Knast, Bruder. Warum darf ich nicht in den Knast? Kuchen, auf jeden Fall ist Monopoly Entscheidungsabfall. Ich will ins Gras beißen. 100 Prozent. Ich hab schlimme Dinge getan. Warum nimmt mich keiner fest? Traut sich niemand. Vote Kick, Jimmy. Eitox, ich bin voll dafür. Hallo? Ich gewinne einmal in diesem Spiel, weil ich einmal in meinem Leben Glück habe. Ich nehme es mit Ehre an und weiß, in Zukunft. In schweren Zeiten reiche ich dir meine Hand. Okay, gut. Die nur töte, Jimmy ficken hast. Oh, oh. Oh, scheiße. Scheiße. Uff. Uff. Jetzt kann dir keiner mehr helfen. Nee, da ist nichts machbar. Nee. Dir kann echt niemand mehr helfen. Das ist jetzt echt zu Ende. Noch irgendwas? Nee, du hast gar nichts. Kannst du Hypotheken aufnehmen? Ja. Wie viel kriegst du raus? Ich konnte es ja mal testen. 600 dafür. Wie viel musst du zahlen? 900. Okay, das könnte. Auch Rot hast du noch. Wenn Rot ein bisschen mehr gibt, ja 110. Nee. Komm, Jule, ich gebe dir noch ein bisschen Dinero. Nee. Nicht? Okay. Ja, dann. Was kannst du jetzt noch machen? Nichts. Gar nichts. Das Problem ist, wenn ich jetzt draufgehe, kriege ich das. Schirme alles. Schirme alles. Ja. Okay, Dinero, wir machen es so. Nee, das geht auch nicht. Schlag vor. Du hast ja selber kein Geld, Dinero. Was willst du machen? Du kannst ja auch nichts abkaufen. Das reicht. Gerade so, wenn du ihr Geld geben würdest für irgendwas. Ich gebe ihr 100. Deshalb gebe ich ihr nochmal 40. Komm, wir machen das so, dass wir das überleben erstmal. Wie ihr euch hier gegen mich verschwört, ist absolut. Wir sind die Unterschicht, die gegen die Oberschicht hochhaut. Die Oberschicht, die Sophie für ein Hotel verlangt. Wo Penner auf die Straße pissen, Digga. Gute Nacht, Bruder. Gute Nacht, Bruder. Hau rein, Digging. Andersrum. Nicht von dir. Nee, ich muss ja was anbieten. Nee, musst du nicht. Muss ich nicht? Echt? Musst du? Doch, einen. Doch, einen muss was anbieten. Der hier Fake News sagt. Oh, Fake News. 100, 100, Juli. Ja, ja, ja. Immer weiter Ruhe. Mach 100 ein, dann kommst du genau auf 100 raus. Genau. Ja, okay. Ja, ja, ich bin eigenverstanden. Jetzt nimmst du auf, ähm, 33 von mir. 33. Ja, 34. 34. Das ist so ein dummes Schmichel. Ich, das schaffen wir schon. Jetzt muss ich halt tatsächlich bei euch irgendwo drauf kommen. Dann kannst du uns deine Häuser geben, aber die sind alle auf Hypothek. Ja. Deswegen haben wir auch Arschgarten. Ich stimme mich einfach auf gelb, dass ich ein bisschen Geld bekomme. Ja, ist halt echt so. Corona hat harte Zeit gemacht, um ein Hotel zu reichen. Du sollst nicht bauen, doch, und du sollst nicht... Digga. Digga. Mach doch mal einmal Urlaub im Leben. Puder, das ist... Alter. Digga, 1700. Pick mein Leben, Digga, 1700. Ich fico. Ah, 3, wie... Ach, geht. Gib Juli ein bisschen Geld. Lüge. Juli, schüttel mein Geld zurück. Das Hypothek drauf. Ach, dieser... Digga, da ist Hypothek drauf. Geh, Bruder. Ich will in den Knast. Warum nicht? Du kommst dran vorbei erstmal. Ich will sterben. Digga, da ist noch blau. Oh... Wem gehört das? Hypothek drauf, alles gut. Oh Gott. Ich bin wieder da. Bruder, ich hab eine neue... ähm... Lasertag-Anlage. Willst du dir die anschauen? Digga, dann komm ich. Für Lasertag komm ich, okay. Okay. Ey, die haben sogar 3D-Mini-Golfs. Ich sag doch. Ja, du bist sogar in dem richtigen Haus. Oh Gott. Okay, Bruder. Ich muss bankrot machen. Wir können alle zusammenlegen und es wird nichts bringen. Ja. Musch bankrot machen. Oh Mann. Hat er jetzt die komplette Farbgruppe bekommen noch? Ja, alles. Schade. Ich will nicht. Jetzt wärst du mal gerne im Knast, ne? Ich will nicht. Oh ja, 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 ja. Okay. 1v1 me, Bro. 1v1 me, Bro. Ich bin Monopolitan zu nah, aber in 2. würde ich dich achten. Das ist Tatsache, ja. Das stimmt. Bruder. Das ist... Late-Game, ja. Dino, Late-Game. Ja, ich will nicht. Tino, was hast du noch? Du hast Gelb. Ist schon wichtig, Bro. Oh, oh, oh. Oh, nice. Du Hurensohn. Du Hurensohn! Du Hurensohn! Elendes, dreckiges Mist-Game. Wie mache ich das jetzt? Du müsstest hier jetzt verkaufen, um 1.000 zu bezahlen, oder? Oder andere Straßen. Ach, danke, dass du mich daran erinnerst. Willi, warum machst du das? Weil wir doch eh schon verloren haben. Wieso? Er muss tauschen. Er hätte die Hotels wegkriegen. Äh, er hat ihn gemutet. Ich weiß nicht. Hab ich jetzt hier gerade die Hypothek aufgelöst? Wieso war ich hier gemutet, Digga? Bist du gemutet? Ja, anscheinend war ich hier ein Dings gemutet. Wie kann ich hier die Hypotheken aufnehmen? Ich kam aus Versehen aus Versehen. Hä, bin ich dumm? Wie kann ich die Hypothek aufnehmen? Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich einfach verdrückt. Ich hab sogar die Häuser mitgenommen. Digga, Dino, dieses Geld kommt auf frei parken. Echt jetzt? Welches Geld? Und da, dieses Geld kommt auf frei parken. Welches? Diese tausend, die er jetzt zahlen muss. Achso, ja. Ey, wenn ein Glück einmal im Leben auf meiner Seite ist, dann lande ich auf frei parken. Du bist aber an frei parken schon vorbei, oder? Ich weiß, ich mein, irgendwann im Leben. Irgendwann im Leben. Holy macaroni. Danke, Leute. Danke. Schon. Okay, Dino. Ich will einfach nur in den Knast. Das war heftig. Das kam genau zur falschen Zeit, finde ich. Ja, Mann. Oder lande ich jetzt auf grün? Nein. Auf pink. Gar nichts. Boah. Bruder. So, am besten landet Schirmi, jetzt auf braun, Alter. Dino, nächstes Ziel ist frei parken. Mhm. 1.700. Okay. Ich brauche eine 8, gell? Ja, Mann. Du brauchst eine 8. Komm schon, Dino. Eine 8 Würfel. Komm schon, Leute. Acht. Herz der Würfel. Herz der Würfel. Herz der Würfel. 7. Du, 8, 8, 8. Das wird eine 8. Das wird eine 8. Nein. 7. Nein, Mann. Egal, so viel ist jetzt nicht, was du da zahlen musst, auf jeden Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Wie viel Pech, Mann. Dank, Mann. Komm schon, eine 2. Komm schon. Eine 2. Eine 2. Eine 2. Eine 2. Eine 2. 2 oder 4. Eine 4 wäre mir noch lieber. Fuckin hell, dieser Penner, Alter. Hallo? Sag mal. Du mal, Fixer. Du mal, Piss, komm. Komm, Dino, komm, ich besuchen. Ganz geil wäre eigentlich, wenn du so eine Karte ziehst. Ganz geil wäre jetzt, wenn du auf Los gehst, Digga. Komm, geh zurück. Sehstrasse, wo ist der Scheiß? Hinter ihm. Keine Ahnung. Er ist auf Los gekommen. Und es ist seins. Okay, egal, egal. Nee, doch nicht. Es ist meins. Nein, warum ist das? Achso, das ist das von dir, Julien. Warte, warte. Wir machen jetzt Risiko. Wir kaufen bei gelb Sachen, okay? Wo ist denn der gerade? Wo ist Jimmy? Vor gelb. Also hinter dir. Jimmy ist hinter dir gerade. Okay. Wir kaufen bei gelb. Wir müssen Risiko gehen. Ist so, Itox. Für uns alle, Alter. Ja. Was habe ich noch verkauft, diese Kack-Bahnhöfe. Wo sind die? Die hast du schon verkauft. Du hast nichts mehr. Ich hatte nichts mehr. Du hast doch Wasser und Elektrizität. Du hast gar nichts mehr. Aber die bringen nichts. Also lasst die einfach. Ja, okay. Du kannst gerade nichts mehr machen. Die einzigste Chance ist wirklich für euch, wenn ich auf Geld komme. Warte, ihr fliegt. Dino, du hast noch eine Chance auf frei parken zu kommen. Ja. Das wäre der Tod für mich. Brauche ich. Brauche es gar nicht. Sieben. Neun. Achso, da bist du. Neun, 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 neun. Neun, neun, neun. Ja, nein, Digga! Zweimal eins unterlebt mich, heul. Wenn der jetzt da draufkommt. Das darf nicht wahr sein. Na klar komme ich jetzt da drauf. Ist das für eine Frage? Keiner. Was brauche ich denn? Keiner, 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 keiner. Neun, neun, neun. Ich brauche nur sieben. Nein, das sucht keine. Schade. Fucking Pasch, Digga. Ich glaube sie nicht. Jetzt noch mal eine Fünfer her, oder? Nein, nein, nein. Ne, der kriege ich eh nicht. So viel Glück kann man nicht haben. Glück, wie du heute schon hast. Okay, da hast du noch eine Wucht, nice. Du hast dein ganzes Geld für Smile, Doris. Komm schon auf Gelb, Bruder, komm auf Gelb. Komm schon, Bruder. Ja, Mann. Ne zwei, ne vier. Ne zwei, ne vier. Ne. Hühnchen. Er kommt in den Knast. Nein. 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 Passiert nix. Das war nicht schau. Der Bruder hat jetzt halt eine Ehrenrunde gemacht, Alter. Hm. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? So, Dino. Ich bin nur in den Knast, Bro. Nein, schon wieder eins davor. Verdammte Scheiße, Mann. Wie Pech hast du, Digga? Nur eins davor, willst du mich bitten? Digga, da kommt der Tod auf mich. Da kommt der, was wird der Tod? Komm schon auf Braun. Geh schon auf Braun, Digga. Mach ein bisschen Urlaub, Shermi, jetzt. Vertreib mal nicht. Ist das für Urlaub? Das ist Urlaub. Urlaub? Oh, jawohl, das ist ein stabiler Urlaub. Ja. Ja, Shermi, verkauf. Ist sie. Okay, ist sie. Bruder, der Tod. Der Tod. Ah, du überlebst das. Ich verliere die Urlaub. Du musst da drüber. Oh Gott. Nein, 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 die vier ist gut, die vier ist gut. Ja, vier ist gut. Hier ist noch was Stabiles. Na, okay. Jesus, David. Ich denke, nein, nein, warte mal. Okay, Bruder. Ich weiß, ich muss seit Leben und die nächsten Felder sind Talatas. Ist so, ich schweiß dir, Digga, das alles executes. So. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo ist Shermi? Da. Außergefahren. Also, Shermi wird vor mir irgendwo Richtung Geld landen. Ich glaube, ich brauche... Ja, aber warte noch, warte noch. Ja, ich brauche noch. So schnell wird er nicht bei Geld bleiben. Ja, stimmt, stimmt. Du musst hier drüber, Alter. Ja. Wirfeln sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Digga, das ist gerade so spannend. Alter, komm schon. Ja, boah. Hat ja ein Glück. Und jetzt eine hohe Zeit. Ich bin da. Ich bin da raus. Erstmal gibt es gar nichts. Komm. Komm schon, Digga. Komm schon. Gib mir ne. Ja, es schafft der. Easy. Lüffelt er jetzt zwei oder vier. Oh Gott. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Das passt, das passt, das passt. Das passt, das passt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ehre. Ehre, Digga. Ach, die Schulden könnt ihr mir nehmen, Bro. Warte, jetzt wird das mal gebaut, Bruder. Guckt mal, was auf Freiparken ist. 1100. Oh mein Gott. Leute, das ist jetzt gerade richtig spannend, Alter. Ich krieg's nicht hin, Digga. Was ist los, Mann? Shift. Risiko, jetzt ist absolutes Risiko, Digga. Wenn du da draufkommst. Okay. Ich kann, einmal kann ich das bezahlen mit Hypotheken und allem komplett. Und dann war das auch. Das ist jetzt einfach ein russisches Roulette. Wer kommt als erstes wo drauf? Ja, Mann. 4, 1, 2, 3, 4. Ich komme sogar bei dir drauf. Ja, moin. Könnt ihr, Bro? Dankeschön, dankeschön. Wenn der auf Freiparken kommt. Wir haben auch gleich viel Money. Du hast einfach nur mehr Straßen als ich. 5. Nee, ich hab da ja nichts. 20 tun langsam aber auch weh. Naja. Aber da hab ich halt nix. So, wo bin ich? Er kann auf jeden Fall nicht auf Freiparken kommen, das ist schon mal gut. Ja. Er sagt ja. Das war doch eine 7. Was? Das war doch keine 7. Das, nein, ist nicht Geld. Oder? Nee. Das ist Geld, Digga. Das war doch niemals die 6 im Leben. Das war die 4. Niemals. Das war 100% die 4. Also, ich weiß nicht, wo du lebst. Ich weiß nicht, was du meinst. Das war eine 7. Siehst du diese Baustellenmitarbeiter? Ich muss die auch irgendwie bezahlen, weißt du? Sieh den Fall allein. Was kriegst du, was warst du das jetzt? Fast 1000. 950. 950. Das wird nix. Ich würde die grünen verschärben. Ja, fahrrad. Die ganze Kleinscheiße. Guck mal, da habe ich auch schon die Hälfte. Das ist alles. Take it easy. Ey, von nichts, gell? Das ist so heftig. Ja, man. Ja, man. Von absolut nichts. Stabil. Perfekt, Alter. Ich kann sogar noch mal bezahlen, wenn ich raufkomme. So, Dino. Jetzt kommt der. Jetzt noch auf Freiparken und dann. Ja, stimmt. Wenn du auf Freiparken kommst, dann habe ich verloren. Und noch ein Zwanni drauf, Digger. Zwanni, Digger. Den. Gabi, Bruder. Jetzt noch meine. Gabi, jetzt würfel ich noch eine 3, Digger. Digger, so klappt. Oh, fuck. Ah, ja, stimmt. Das war nicht. Bevor du baust, warte, dass du auf Übergrün kommst und so. Ich mache einen kurzen, kurzen Wurf, kurzen Wurfel. Acht. Fuck, fuck, fuck. Ja, ist grün. Ne, ist grün. Der ein Schwein. Achso, grün ist noch weit weg. Grün kommt ja noch. Grün kommt ja noch weit weg. Ich will halt doch nur in den Knast einmal im Leben. Das wäre jetzt einfach nur Ere. Ja, aber dann gehst du zurück und kriegst keine 200. Der hat dein Leben, du. Der muss wieder verkaufen, Digger. Digga, das ist so intens, Mann. Jeder, jeder Würfel, Alter. Ja, Mann. Herzinfarkt. Nein, ich muss die ganze Zeit bezahlen. Was ist das für ein Scheiß? Komm, ich bin jetzt besuchen. Oh, oh. Oh, fuck. Sagt nichts, sagt nichts. Ran jetzt mit den Moneten. Tui, Digga. So. Scheiße. Scheiße, Mann. Komm auf, Bro. 12 hier frei parken, habt ihr gesagt. Mit Schichtum, 5 Würfeln. 5 ist eine gute Zahl, Digga. Hab ich gemacht. Oh, ne, hab ich nicht gemacht. Bro, ich muss blau irgendwie überleben. Ja, Mann. Ach, fick doch dein Leben. Komm schon. Würfel, Bruder. Gib mir eine hohe Zahl, Jimmy. Ach so. Die Karte ist verbuggt. Da steht zwar, du sollst es 10-fache zahlen, aber zahlst du trotzdem nicht. Ach so, was ist das für ein Bullshit? Er bekommt das 10-fache. Doch. Hä, hat er? 100. Ja. Nee, ich hab nicht 10-fache. Ah, doch. 10, 10 gewirkt. Ja. Hey, ich dachte, die Scheiße war mal verbuggt. Ja, aber nur wenn du eine Karte hast... Okay, Bro, ich muss über Blau kommen. Okay, Bro, jetzt Würfel, was das Zeug hält, Alter. 5 oder 3 wäre dein Tod. Ach, die 2 ist scheiße. Oh, okay. Wow, nice. Oh mein Gott, war das... Ist genau auf los. Oh mein Gott. Du, tau auf los. Ich kann atmen. Schauen. Er darf nicht auf... Er darf nicht auf Dings kommen. Nee, Mann, er darf auf Dings nicht drauf kommen. Was war heftig? Halt's Maul. Ja. Nee, nee, er guckt nicht drauf. Doch, der ist... Doch. Halt's Maul. Digga, halt's Maul. Nein, Mann. Dieses Comeback, Digga. Nein, Alter. Der baut jetzt wieder, der Hund. Der baut da alles tot. Ich bin so erwartet. Die Straßen, die ich noch hab, werden jetzt... Blüter. Ach, du Scheiße. Bro, er hat so viel Glück. Ja, okay, ich hatte auch viel Glück. Ja. Ich hatte auch viel Glück. Alter. Ich will nur in den Knast. Ich will doch nur in den Knast. Das ist ein Gefupp ist doch... Ich war nicht. Hm, Ere. Alter, ich kann ernst sein. Hier ist sie noch Einkommenssteuer, oder? Thanks, Kevin. Wenigstens Kevin ist auf meiner Seite. Und? Ja! Wie Scheiße! Gönn dir, Bruder! Gönn dir! Ja, okay, das geht noch. Das geht noch. Ja, aber das war das Ding. Das ist... Das ist hart. Mach lieber Braun weg. Ja, ja. Mach das Kleine weg. Der erste da. Genau. Ich bin wenig Glück. Weicht, oder? Musst du geben. 475. Guck mal Leben, Digga, wegen 10 Stück. Oh, da kannst du nicht mehr verkaufen. Geht 8 so, fuck. Digga, die geben mir 100 Euro. Ich denke, Jobcenter, Alter. Und dann ficken die mich von hinten. Ja, aber... Viel Glück. Komm auf Geld, Jimmy. Ich brauch echt wieder ein bisschen Geld mehr. Ah, okay. Bro. Warum gönnst du mir nicht? Ich würde dir gönnen, Bro. Wirklich von Herzen. Siehste, 20 gönn ich dir. Komm. Ich lade dich einmal ein. Auf Döner. Du Smite Ranked ist einfach nur anstrengend. Du isst so. Das ist eine neue Version von Smite Ranked. Eine 3. Bruder, du machst das dir nicht einfach. Na doch. Ist alles gut. Wieso nur zum Besuch, Digga? Ich kenne da niemanden. Ich will rein. Ich kenne da niemanden. Ich will rein, Digga. Was will ich da reingucken? Ich will rausgucken. Das könnte aber mein Tod werden, wenn ich hier lande. Tu mir den gefallen. Ja, mach ich. Ja, komm schon. Nein, oder? Das ist dazwischen. Doch, 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 doch. Er landet dazwischen. Nein, halt die Schnauze, Alter. Ich bin wenigstens 40. Das war jetzt die Gelegenheit, noch irgendwie zurückzukommen. Jetzt hatte ich genauso viel Glück wie du vorhin. Ja. Das Such beginnt jetzt. Es läuft kein Gewinnspiel, Alter. Arztkosten. Bruder. Was? Jetzt kriegst du die ganzen Arschlochkarten, die ich vorhin hatte. Wies. Nice wäre, wenn der Jimmy nochmal so für Häuser zahlen will. Ja, aber. Hm. Das wäre endtraurig. Ja, gut. 2000, Digga. The fuck? Ich glaub, ich bin der Marsch. Ja. Ne, doch nicht. Ist ja eh deins. Stimmt. Alles was. Jetzt kommt es deins. Ich glaub, das war's, Digga. Ah, Bruder. Ich glaub, das, ähm. Er kriegt auch noch Geld. Er kriegt auch noch Geld in den Arsch geschoben. Lass mich. Lass mich doch einfach in den Knast. Scheiße. Dann macht der mir ein paar Schatten. Oh, das ist dazwischen. Ich muss nochmal zahlen. Oh, das kann nicht wahr sein. Wie viel Schwein dieser Typ hat. Unglaublich. Den neuen Gott. Ja, haben wir gesehen. Ich find den richtig geil. Das ist sein Ulti. Ja, Mann. Ich hab, Alter. Bin ich auch echt gespannt drauf. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt auf den neuen Gott. Ach, ich würfel wieder? Was soll der Scheiß? Ja, das passt, Digga. Ja, jetzt muss ich wieder abdrücken. Safe. Opa am Platz. Opa, wo ist denn der Scheiß? Oh, das ist unwichtig. Das ist absolut nicht cool, Digga. Ich bin... Ach, du musst nochmal bei mir vorbei. Bruder. Das ist absolut nicht cool. Alter. Mach einen Pasch, Bruder, für mich. Warum machst du es? Ich versuch's. Ah, schade. Sorry. Oh, hier gar nichts. Ey, ich find's aber in den Knast. In den Knast, Bruder. Fucking Pasch. Schon wieder eine Pasch. Eine Pasch, vor allem. Eine Pasch. Das ist aber jetzt der Tor. Aber das war's jetzt. Bruder, ich bin tot. Ja. Nicht mal, wenn ich verkauf krieg ich genug. Weiß nicht. Du hast einiges an Häusern, aber... Wenn du verkaufst, ist eh zu Ende. Kann ich nicht einfach alles verkaufen? Wenn du alles verkaufst, hab ich gar nichts mehr zu befürchten und ich baue alles voll. Stimmt. Das war's. Von daher. Ja, das war's. Ich glaub, das ist GG. Ja. Warte. Wie viel würd ich denn kriegen? Ja. Ich schau mal, wie viel du bekommst, aber... Ich weiß nicht mehr, ob das reicht. Du brauchst 1.100. Ja, aber danach sind's halt alles verkauft. Ja. 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 Keine Geldeinnahme mehr. Ja, Mann. Bankrott, Bruder. Bankrott. Garde. GG. GG, Jimmy. Guter Fight, guter Fight. Guter Fight. Du hast es echt... 1 Mal hast du... Du hast es mal richtig zurückgefickt. Heftig, heftiges Game. Heftig. Und wir sind fast genau um 2 Uhr fertig geworden. Wir sind ein perfekter Zeitplan, Alter. Hätten nicht gedacht, dass es echt 2 Stunden dauert, Mann. So, jetzt ist mal wieder Zeit fürs My Drink, dann. Ja, jetzt bin ich auf eure Games gespannt, Jungs. Jetzt müsst ihr noch in Smyth richtig zerfetzen. Das heißt noch, du hast uns hier komplett die Ehre gemacht. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fickt euch! Y принцип euch! F embora! E散goka ab! F includes Меня! F bonds! Fkaar am SW! F vs guerra! Frio was schön! Und dennoch! F Copenh?